Ja, moin. Moin. Wir sind voll und bald. Hier ist die neue Mach-Mit-Mann-Show bei RSH. Und wir haben ein neues Teammitglied. Vielleicht hast du schon gehört. Das ist Studio-Fensterspinne Boris. Boris the Spider. Sag mal, Oschi. Sag mal was zu den Maßen. Ja, 1,40 x 1,80 m. Tiefe 80 cm ungefähr. Und wiegt so 80 kg Stich. Der kommt auch ins Autokontext. Die Lachmaschine. Und wir haben ja gesagt, und viele Hörer haben uns geschrieben an mach-mit-mann-rsh.de Boris muss mal ins Netz. Der, hier, der war der Gebrüttel. It's World Wide Web. Aus seinem Netz sitzt er schon die ganze Zeit. Deswegen mal ein kleines Filmchen über Boris. Dass man auch weiß, das ist nicht gelogen. Nein, der hat man sich aussehen. Der hockt wirklich vom Studio-Fenster. Wir schwenken einmal. Nee, warte, Moment. Zurück, zurück. Erstmal zurück. Hier ist die Melodie übrigens. Vielleicht ja schon mal so. Es gibt ja auch ein Foto, nicht die wahre Größe wieder. Deshalb dieses Video. Und auch nicht, dass er lebt. Der hätte ja auch ausgestopft sein können. Wir brauchen Schutzkleidung, um Boris uns zu nähern. So, pass auf. Jetzt der Schwenk auf das Fenster. Das ist das Studio-Fenster. Und das ist er. Nur Balzi darf sich Boris nähern, weil er den Spezial-Studio-Fenster-Schutzhelm trägt. Studio-Fenster-Spinnenschutzhelm. Ich hab natürlich... So, komm mal ran hier. Wollen wir noch mal Pfötchen geben versuchen? Pass auf, ich mach noch mal Pfötchen. Gib noch mal Pfötchen. Na, der ist ja ein Feigling. Heute ist er nicht gut drauf. Normalerweise gibt er Pfötchen. Und jetzt ein kleiner Tipp nochmal. Komm noch mal einmal ganz kurz im Moment. Falls Boris was passiert, fall nicht ins Gebüsch. Falls Boris mal was passiert, wir haben ja noch einen Ersatz-Boris-Hengen. Na, willst du auch mal ins Radio? Ja. Später, deine Zeit kommt noch. Das war's von Spinnen-TV. Das war's von Spinnen-TV.